Musik Herzlich Willkommen zu dieser neuen Serie Leben in der Kraft der Salbung des Heiligen Geistes. Es ist unsere Freude wirklich immer wieder zu euch zu kommen in euer Wohnzimmer, Büro, wo auch immer ihr das anschaut, um diese frohe Botschaft zu bringen. Jesus sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr hat mich gesalbt um diese gute Nachricht für alle, die sie brauchen und wir brauchen sie alle. Und dann hat er gesagt, ich bin gekommen, um das Jubeljahr des Herrn auszurufen. Und wenn man das betrachtet, dann heißt das, wie wir schon gesehen haben, es heißt, er kam, um zerbrochene Herzen zu heilen, Befreiung auszurufen für die Gefangenen und Öffnung der Kerkertüren für die, die gebunden sind. Und jetzt sind wir dabei, diesen Teil zerbrochenen Herzen zu heilen. Und Jesus ist gekommen, um alles, was in uns zerbrochen ist. Er vergibt uns unsere Schuld, aber er heilt auch alles, was gebrochen ist. Alles, was in uns kaputt ist. Sünde macht kaputt, aber unser Retter macht Heil. Und Kay wird weitermachen, sie hat so viel zu sagen in dieser ganzen Sache. Sie wird weitermachen und sie wird dieses Thema öffnen und dann werden wir für euch auch beten. Ja, so, wir haben gesehen in der Bibel, es ist Gottes Wunsch und Sehnsicht, dass es uns gut geht in allem, dass wir gesund sind, so wie unsere Seele gesund ist. Oder die Bibel spricht auch für die Rettung der Seele. Wenn wir wirklich diese Offenbarung haben wie Abraham, auf dem Berg wird er versorgen. Und wenn deine Augen geöffnet sind, die Offenbarung, den Arm des Herrn spricht von seiner Rettung. Seine Rettung ist durch das Blut, wo Jesus selbst weggetragen hat. Deine Sünden, Schmerzen, Krankheiten und hat uns wiederhergestellt. Es ist Gottes Bestimmung, dass du eine Herrlichkeit hast. Du hast eine Herrlichkeit, das Gott dir gegeben hat und Gott kämpft für diese Herrlichkeit. Es ist der Dieb oder dem Teufel, der wirklich ist gekommen zu stehlen, töten und verderben. Das ist was der Feind möchte. Er kämpft gegen diese Herrlichkeit. Er fürchtet deine Herrlichkeit. Er fürchtet, wenn du aufstehst und die Herrlichkeit des Herrn ist in dir. Und du leuchtest und scheinst für seine Ehre aus einer gesunden, wiederhergestellten Person. Voll unter die Leitung des Heiligen Geistes. Und dass Jesus, wenn dein Geist in deine Gedanken und Gefühle sein Leben freisetzt. Und in deine Wille und dass du erleuchtet wirst. Und wenn alle diese untergedrückten, negativen Gefühle zu ihm gebracht werden. Und Erfahrungen, die uns wirklich kaputt gemacht haben. Dann wird das Raum für Jesus, diese Wache um zu erfüllen mit seinem Wort und Wahrheit. Oh ja, ich möchte noch ein, zwei Stellen und dann fangen wir an zu beten. Erster Thessaloniker 5, 23 Er selbst aber, der Gott des Friedens. Er selbst aber, der Gott des Friedens. Shalom, Wohlergehen, Heilung, Frieden in alle Dimensionen deines Gedanken, Herzens. Heilige euch, völlig und vollständig. Heiligung bedeutet, dass Jesus nimmt zu in dir. Dass Jesus erfüllt alle Räume deines Wesens, völlig und vollständig. Möge euer Geist, Seele und dein Leib unterhaltlich bewahrt werden, bis die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch vollbringen. Hey, Gott kämpft für deine Herrlichkeit. Ja, du hast einen Feind. Du musst aufstehen. Du musst glauben an die Botschaft. Du musst deine Sachen herausbringen zu ihm. Aber Gott kämpft wirklich für dich. Und ich möchte noch eine Stelle lesen. Römer 15, 13, der Gott der Hoffnung. Wir haben gerade gesehen, der Gott des Friedens. Wir haben gesehen, der Gott, der versorgt. Es wird ersehen. Es wird bereitet und versorgt für alle Nöte, die wir haben. Und jetzt, der Gott der Hoffnung. Das lieben wir in diesem Vers. Gott hat eine Hoffnung und eine Zukunft für uns, um uns Gutes zu tun, einen Plan, volle Wiederherstellung, Geist, Seele und Leib. Aber erfülle euch mit allen Freuden und Frieden im Glauben. So, wenn du wirklich glaubst, die Botschaft, siehst die Offenbarung, kommst du Jesus für diese vollige Verbindung deines Herzens, dann hast du Frieden und Freude anstatt Depression, Trauer, Kummer, dann hast du das, damit ihr überreich seid in Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dann wird der Heilige Geist diese Hoffnung gar voll dick zurück zum Leben bringen. Einatmen, einatmen, Herz schlagen, Gedanken erlöst. Du kannst ersetzen deine negativen Lügengedanken, ängstliche Gedanken mit Wahrheit und Liebe und wachsen in Gott. Und es ist wichtig, diese alten Sachen wirklich auszusehen, die dich berauben und lügen in deine Gefühle. Okay, so, das gibt es viel mehr. Aber jetzt, ich will, dass wir zusammen beten. Und wir werden ein paar Schritte jetzt machen. Und ich glaube, die Selbung des Heiligen Geistes ist auf mich und Mike. Er hat uns gesandt und es ist auf dich gerade jetzt. Dieses Album, please, von Jesus, das Heilige sind nur sein Leib. Aber das ist eine Salbung. Derselbe Salbung auf Christus ist auf uns. Du erlebst es und du kannst dann wirklich bewegen in dieser Kraft. So, jetzt während du da sitzt, erst mal, wenn du vielleicht deine Augen zumachen möchtest und wirklich diese Worte hören, das erste ist, schaue hin auf Jesus. Schaue auf das Kreuz. Schaue auf der Mann, wenn Schmerzen verlassen, der wirklich diese Sündopfer wurde, so gebohrt, verwundet, überall, Dornenkrone auf seinen Kopf, die ganze Fluch getragen hat. Auch Flüche über dein Leben, auch Flüche Generationen sagen. Alles hat er wirklich getragen. Und schaue ihn an. Und wirklich jetzt, bei diesem Punkt, bringe jetzt, was der Heilige Geist, alle Erfahrungen oder Erlebnisse oder Erinnerungen, die Schmerzen haben oder was du erlebt hast, bring die Sachen zu Jesus. Jetzt, vielleicht, du hast nicht genug Zeit in diesem Clip, alles zu tun, du kannst nachher oder diese Woche hinsetzen, wenn es irgendein Mensch ist, eine Erfahrung. Wenn du selber gesundigt hast gegen jemanden, dann bist du der Schuldiger. Dann musst du um Vergebung bitten für Gott, für Gott. Und nimm alles, was dich irgendwie etwas gestohlen hat, aus dein Herz. Und es wirklich zu beten und nehmen Verantwortung für dein eigenes Leben. Du bist kein Opfer. Du hast Verantwortung und freist dem Herrn. Dadurch kannst du frei und geheilt werden. Okay, und jetzt, wenn du da bist, du schreibst die Namen und so, und dann kannst du sagen, Gott, ich vergebe. Und dann sag den Namen so und so, für, und dann nenne die Erfahrung. Nicht viele Worte, aber sprech das aus. Ich möchte sagen, Vergebung ist nicht ein Gefühl. Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung ist nicht für den anderen Personen. Vergebung ist für dich. Weil wenn du vergibst und du gibst das zu Jesus, mit dieser Person umzugehen, du nimmst alle Rache Gedanken weg und du übergibst den Personen zu Jesus, und du legst auf das Kreuz die ganzen Schmerzen von dieser Erfahrung und du bekennst die Gefühle, die Zorn oder was immer das war, wo du wirklich irgendwie unterdrückt war, egal was es war, und lass es gehen. Sag es und lass es gehen und bleiben auf Jesus. Lass der Heilige Geist mit die ganzen Wurzeln, die ganzen Erinnerungen, die ganzen Bilder und Gefühle, dann lass sie auf Jesus. Er hat das alles getragen, weggetragen aus deiner Mitte, aus deinen Gedanken, aus deiner Erinnerung. Du kannst auch malen, diese Bilder, die Erinnerungen mit dem Blut, alles rot. Und ich befreie auch alle Gefühle, die geschmutzt wurden, oder alle Gefühle, die Schande haben. Lass diese Gefühle auch gebadet sein, gewaschen sein in das Blut des Lammes. Und Herr, ich setze wirklich deine Salbung frei, wenn das alles wirklich ausgezogen wird. Alle Enttäuschung, alle Verrat, alle Stücke, Schwertstücke und Pfeile, die Verwirrung und die Beraubung von deiner Identität und was dich wirklich klein gehalten hat, schwarz gehalten hat, irgendwie beraubt deine wahre Herrlichkeit, Identität von Gott. Ich sehe diese Sachen, zieh sie raus, lass sie nicht mehr bleiben in dir, bring sie zu Jesus. Es war wie der Mülltonne, die Sünde der ganzen Welt und auch alles, was gegen dich war. Und lass das, gib diese Person zu Gott. Nimm deine Hand jetzt weg. Es ist in Gottes Hand, Gott wird handeln. Gott kann diese Person wirklich vielleicht retten, helfen, aber das ist nicht deine Abteilung, nicht deine Verantwortung. Du gibst das ab, du bist frei. Und stell dir vor, dass die Banden um dich, die binden dich zu die Vergangenheit. Sie werden jetzt zerbrochen, abgeschnitten, weggerollt aus deiner Mitte in Jesu Namen. Ja, das ist ein Teil von dem Jubeljahr des Herrn. Kay hat eine Stelle gelesen in der letzten Einheit über Worte, die tief in die Herzen hineingehen und machen Verderben. Ich glaube, das sind Menschen, die diese Worte hören und haben auch böse Worte gehört. Böse Worte sind gesprochen und haben sie vergiftet in ihrem inneren Menschen. Jesus ist gekommen, um zerbrochenen Herzen zu heilen. Und Gott möchte gerade jetzt in Jesu Namen dich heilen von diesem zerbrochenen Herzen. Und ich sehe, wie der Heilige Geist greift gerade jetzt in dein Herz hinein, tief in den Brunnen deines Lebens und nimmt diesen Gift aus eurem Leben raus. In Jesu Namen. Ja, das ist gut, wenn die ganzen Schmerzen an die Oberfläche kommen, weil da verliert der Teufel seine Macht über dich. Da wirst du gerade jetzt freigesetzt. So, so viel du auspacken möchtest, so viel du austauschen möchtest, alle Gedanken, alle Gefühle, die befleckt sind, und dann wirst du gerade jetzt besprengt durch das Blut. Besprengt. Das bedeutet, das Blut wird angewendet, genau in diese Gefühle. Und diese Gefühle werden wirklich gewaschen und erneuert und wirklich total neu gemacht. Nicht nur so etwas, total, dort das Blut rein und heilig gemacht, voll neu gemacht. Und der Feind verliert seine Kraft in diesem Moment. Und jetzt, wie Mike gerade gesagt hat, jetzt kannst du Heilung empfangen. Du bringst das zu Gott, alles das zu Jesus, und lässt fließen in dir die Heilung, die Heiligung, die dich wäscht. Dein Herz wird geöffnet, dass du Gottes Liebe empfangen kannst. Weil du brauchst dein Herz, um zu lieben. Du brauchst dein Herz, um zu glauben. Du brauchst dein Herz für die guten Werke, die Gott für dich vorbereitet hat. Du brauchst ein Herz. Und Gott möchte, der Kampf ist für dein Herz, dass es geheilt wird. Und dein Herz ist wichtig, dass du wirklich Gefühle der Liebe empfangen kannst, geben kannst. Und dass es durch dich fließen kann. So jetzt empfange die Heilung. Jetzt empfange die Heilung und die Kraft seines Blutes. Empfange das. Halleluja. Anstatt Bitterkeit, dass wirklich Samtmutigkeit, dass dein Herz wird Fleisch wieder. Dass du wirklich deine jugendliche Hoffnung und Erwartungen, auch neue Vertrauen auf Leute und Jesus, dass die ganze Zweifel, die ganze Verwirrung ist gebrochen. Und diese Vergebung ist so ein gewaltiges Geschenk. Hier möchte ich sagen, wenn du bist derjenige, der gesündigt hat, dann du musst hier deine Sünden bekennen. Herr, vergib mir diese Sünden, nenne es. Oder vergib mir, dass ich gegangen bin wie ein Opfer. Vergib mir, dass ich nicht losgelassen habe. Vergib mir, dass ich jemanden festgehalten habe. Und dadurch bin ich der, der gebunden ist. Und Herr, ich lasse los. Ich lasse diese Gefühle. Ich lasse diese Stau da. Aufbrechen. Dass Ströme des Lebens freigesetzt wird. Und in dem nächsten Videoclip wird Mike uns auch leiten. Wirklich mehr und mehr in diesem Leben wiederherstellung. Dein Herz, deine Gefühle, deine Gedanken. Okay. Und jetzt möchte ich sagen, Es ist sehr gut, Gott zu danken, dass er das getan hat. Das stimmt. Danke Gott, dass er dich freigesetzt hat. Dass er dein Herz zusammengebunden hat. Dass du ein Herz hast. Dass dein Herz ist wichtig. Dein Herz ist die größte, kostbarste Schatz, das Gott dir gegeben hat. Und dass dein Herz wieder gepumpt wird. Mit das Blut Jesu. Und das ewige Leben strömt. Und wird getragen überall in dein ganzes Wesen. Danke Gott. Hat er so auf dem Herzen. Dass es waren zehn Leperkrankungen. Die haben ausgerufen. Jesus, hilf uns. Jesus hat gesagt, geh hin zu den Priestern und sei gereinigt. Und während sie hingingen, sie waren völlig rein. Aber eine kam zurück und dankte Jesus. Warf ihn zu die Füße. Betete ihn an. Dankte ihn für die Heilung. Und Jesus hat gesagt, Du bist nicht nur gereinigt. Du bist gerettet und geheilt. Er hatte eine Ganzheit erleben. Er wurde wirklich wieder in einer Herrlichkeit. Lass deine Beziehung mit Gott. Und alle Zweifel gegen Gottes Charakter entlarve dich. Und sagen, der Teufel ist der Böse. Der Teufel ist der, der stellt und kaputt macht. Oder ich habe die Grenzen überschritten. Aber Gott ist perfekt. Er ist, macht keinen Fehler. Und wenn du Zweifel an Gott hast, dann bitte ihn um Vergebung. Und sage, ich weiß, du bist heilig. Du sündigst nicht. Du magst nur Gutes. Vergib mir für diese Einstellung der Fragen und Bitterkeit und Zweifel. Und wirklich lass diese Beziehung, diese Liebe jetzt, diese Heilung und dann diese Dankbarkeit fließen. Und wir werden das weiter in den nächsten Clip. Aber dann erneuere deinen Verstand. Lass deine wahre Identität in Christus wirklich hervorkommen. Okay, ich möchte hier aufhören, wir werden ein bisschen weitergehen, das nächste Clip. Aber hier möchte ich sagen, Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber in Christus, in dir, du hast ein volles neues Zentrum. Er sitzt auf dem Thron, lad ihn ein in deinem Herz. Zu wohnen, zu regieren, aus dein größter Schatz, aus der Retter und König deines Lebens. Lass seine Liebe durch Flüte neue Wurzeln schlagen in der Liebe Gottes. Neu gegründet sein in Liebe, Annahme, Sicherheit, Schutz, Vertrauen auf Gott und alle Mauern fallen. Und du wirst merken, du kannst empfangen Liebe von Gott und du bist frei, frei, frei. Ja, wir möchten euch einige Medien vorstellen, was helfen kann in dieser Serie Leben in der Kraft der Salbung des Heiligen Geistes. Ja, und das Buch von Monika Flach, das Kreuz, lebst du davor oder dahinten, kannst du in unser Shop bekommen, 15 Euro. Und das hat alles drin. Preise setzen, Hingabe gebetet, was das Kreuz wirkt. Wenn du das studierst, dann hast du wirklich viel gewonnen. Und hier ist geliebt, gewappnet, gefährlich, ein CD, erkenne und bekenne deine neue Identität in Christus und das Heft mit dem Text. Und das ist die Bombe der Wahrheit. Dann in die neue Schöpfung zu leben und das auszusprechen, erkennen und das setzt die Energie, Aktivität Gottes und die Wahrheit frei in deinem Leben. Und hier gibt es das Buch, das Studierheft, keine Brücken nach Babylon, ein Abschluss mit der Vergangenheit geschrieben worden, damit wir nicht nur frei werden, sondern auch frei bleiben. Und dieses ganze Paket, wenn du die alles holst hier, ist 30 Euro alles zusammen. Sonst kannst du jeder auch einzeln in den Shop kaufen, aber wenn du das willst, dann schreib auf die Bestellung Freiheit, das ist der Code. Freiheit. Und so, wir schätzen auch euer Feedback bei dieser Serie. Bitte schreibe uns an der E-Mail-Adresse unten stehen. Und wenn ihr dieses Kanal abonnieren wollen, auch einfach den Knopf da drücken und dann werdet ihr immer informiert, werden jedes Mal, wenn wir eine neue CD, neue Video ausgeben. Danke. Danke. Oke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020